Und das hier ist Greg. Ich glaube, so hat mal irgendein Piratenkapitän geheißen, oder? Das passt ganz gut zu ihm. Der hat sich da draußen auf dem Meer rumgetrieben und hat hier alle Fische terrorisiert. Hallo und herzlich willkommen zu Ark Anunnaki. Ich bin hier mit Sturkopf unterwegs und sie sieht einfach so wunderschön aus. Also die Poison-Tiere gefallen mir einfach mega gut. So schöne Tiere, so schöne Zeichnungen. Ist unglaublich. Und im Hintergrund haben wir hier noch den Redwood Forest. Das ist so eine schöne Kartenbegrenzung. Gefällt mir auch total gut. Also wirklich schön. So, jetzt wollen wir aber mal hier mit dem heutigen Projekt anfangen. Und zwar schaue ich gerade, ob ich hier irgendwo unseren Quetzel sehe. Okay, ich habe hier einen Champion-Quetzel gefunden. Und ist er das da unten? Ich glaube, das ist er. Gerade außer Reichweite. Genau, ein 445er Champion-Quetzel. Und ja, das ist ein ziemlich hoher Einstieg. Ich hoffe, dass es funktioniert. Das wird wahrscheinlich nicht einfach werden. Ich habe keine Ahnung, wie viel Torpor die haben. Ich denke mal, sehr viel. Weil auch die normalen Quetzel schon ziemlich viel Torpor haben. Da denke ich, dass der hier über 50.000 Torpor haben wird auf jeden Fall. Nur mal so als ganz, ganz grobe Schätzung. Und da werden wir mal sehen, ob wir den heute legen können. Vorher habe ich aber noch eine kleine Nachricht für euch. Und zwar bin ich übers Wochenende weg. So einen Kurzurlaub sozusagen. Und zwar geht es zum Biken. Da freue ich mich auch schon tierisch drauf. Biken ist fast so gut wie Zocken. Nur ohne Dinosaurier. Und bevor jetzt denke ich, gehe Motorrad fahren. Ich gehe natürlich Mountainbiken. So als Ausgleichssport sozusagen. Und da freue ich mich jetzt mega drauf. Wahrscheinlich wird dann die Montagsepisode nicht kommen. Ansonsten bleibt alles wie immer. Und ab Dienstag gibt es dann auch wieder ganz normal Episoden. So, jetzt gucken wir aber mal, ob wir den hier wirklich legen können. Und wir müssen ein bisschen aufpassen, wo wir den hinscheuchen. Ich mache mir so ein bisschen Sorgen, dass hier die Wirwern uns da einen Strich durch die Rechnung machen. Das heißt, am besten wird es wahrscheinlich sein, wenn wir ihn so Richtung Süden wegtreiben. Also hier rechts treiben sich auf jeden Fall Wirwern rum. Da wollen wir nicht hin. Und ja, im Center ist der Sumpf. Da wollen wir auch auf gar keinen Fall hin. Und übers Meer wollen wir auch nicht. Das sind so die wichtigen Sachen. Jetzt gucken wir mal, wie es läuft. So, wir haben auf jeden Fall jede Menge Stamina. Sollten da eine Weile durchhalten können. So, jetzt flieht er dahinter. Wow! Der ist aber wirklich schnell. Die Richtung ist jetzt in Ordnung. Für einen Moment. Oh, das sieht nicht gut aus. Ich glaube, da müssen wir erst noch Speed skillen. Ja, das sieht ganz danach aus. Da wird dein Torpo schon wieder runtergehen jetzt. Wir brauchen einfach zu lang. Ja, die sind wirklich schnell. Also ich denke, er ist eindeutig schneller als ein normaler Quetzel. Wow! Okay, ich glaube, wir müssen noch mal vorher ein paar Potions sammeln und ein bisschen Speed hochleveln. Ansonsten sieht es ganz schlecht aus. Ich denke, dass wir ihn hier nicht betäubt kriegen. Einfach, weil er wahrscheinlich genauso schnell Torpo verliert wie andere BA-Tiere. Und bis wir dann wieder bei ihm sind, hat er schon wieder Torpo von 0. So, hier müssen wir jetzt auch tierisch aufpassen. Wir sind schon wieder in der Gegend, wo ich eigentlich nicht hin wollte. Hier sind schon wieder Wivern potenziell unterwegs. Auch wenn ich jetzt gerade keine sehe. Da müssen wir auf jeden Fall vorsichtig sein. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir noch mal mit Rufus raus. Schauen, dass wir ein paar Potions sammeln. XP Potions. Und hier unseren Movement Speed noch ein bisschen pushen. Ich dachte, das würde reichen. Aber der ist ganz schön schnell, der Champion Quetzel. Und da sind wir wieder. Auf der Vulkaninsel. Und hier laufen Gigas rum. Es ist unglaublich. Hier ist alles voller Gigas. Und ich denke, die sollten auf jeden Fall Potions für uns dabei haben. So, der geht gerade wieder in Enrage. Immer wenn die Augen leuchten, dann gehen sie in den Enrage. Den haben wir schön zerlegt. Und ich gucke auch immer, was die so für ein Level haben. Oh, da hinten sind richtig viele. Mit so vielen gleichzeitig möchte ich mich eigentlich gar nicht anlegen. So, einer zur Zeit geht ganz gut. Aber wir verlieren immer ein bisschen Life, wie ihr seht. Da ist er down. Da oben steht schon wieder einer. Absolut enorm. So, ich denke, wir gehen mal so in die Richtung davor. Da sind irgendwo auch Somn-Dodos unterwegs normalerweise. Da sehe ich eigentlich immer welche. Und die droppen coole Sachen. Außerdem habe ich noch nie gegen die gekämpft. Die müssen wir uns auf jeden Fall uns mal näher anschauen. Jetzt müssen wir an den ganzen Gigas erst vorbei. Keine Ahnung, was hier los ist. Hier ist eine riesen Gigaparty auf jeden Fall. Die müssen wir jetzt wegräumen. Da ist jetzt nur ein Gefährlicher dabei. Ich denke, wir sollten die schaffen. Und die kümmern wir uns jetzt als nächstes. So, der erste müsste gleich down gehen. So, jetzt sind sie alle im Enrage. Und der dritte kommt gar nicht. Sehr schön. Den machen wir jetzt direkt im Anschluss. Läuft also ganz gut. Oh, das ist extrem stark. Und ich denke, er kriegt jetzt auch wieder ein paar Level dazu. Mach ihn nieder. Oh, der hat ziemlich viel Live. Na komm schon. 390er. Also wir sollten jetzt wirklich alle Gigas schaffen. Selbst Top-Level Gigas. Ich habe aber nicht vor, Top-Level Gigas zu töten. Die würde ich viel lieber zähmen, als sie zu töten. Vielleicht gehen wir noch ein bisschen hier in Live. Vielleicht bis 600.000. Wow. Jede Menge Levels. 600.000 müsste eigentlich reichen, oder? So viele Levels haben wir auch wieder nicht. Okay, wir müssen jetzt mal warten, bis unser Live sich so ein bisschen reckt. Das geht zwar schnell in Anunnaki, aber bei so viel Live dauert es halt einfach. Ich denke, ich schleiche mich da mal vor. Und solange sich nichts Großartiges tut, mache ich das jetzt mal ganz alleine. Wenn wir uns gegen einen großen Giga hier irgendwie, wenn wir gegen richtig starke Gigas kämpfen sollten, dann hole ich euch auf jeden Fall dazu. Schauen wir mal, wie das dann läuft. Und zu den Somn-Dodos dann auf jeden Fall. Ich weiß nicht wirklich, wie stark die sind, aber ich denke, gegen unseren Gigas sollten die auf keinen Fall eine Chance haben. Wow, hier sind so viele Gigas unterwegs, dass es kaum noch Somn-Dodos gibt scheinbar. Aber wir haben Somn-Dodo-Musik. Also müssen irgendwo welche sein. Ich denke, da unten. Da ist ziemlich viel los. Machen wir mal den Giga hier weg und dann schleichen wir uns da runter. Da ist er wieder im Enrage. Also die Gigas haben es auf jeden Fall auf uns abgesehen. Die kommen sofort uns holen, wenn sie uns sehen. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht von hinten angegriffen werden. Es ist schon gefährlich gegen die, weil die machen ziemlich viel Schaden in kurzer Zeit. Wenn man da nicht richtig steht oder so, dann kann man schnell sehr viel Life verlieren. Wow, was ist denn da los? Ich weiß nicht, ob die Somn-Dodos verfolgen. Im Moment nur noch ein Raptor. So, ich möchte eigentlich nicht in die Lava. Ich weiß nicht, wie schlimm die ist, aber ich gehe davon aus, dass sie Schaden macht. Wow, jetzt kommen alle gleichzeitig. Das ist nicht gut. Oh, oh. Gegen drei Gigas. Go, Rufus. Du schaffst sie. Yeah. Easy peasy. Also er ist wirklich super stark jetzt. Wow. Aber wir haben ein bisschen Life verloren. Also nicht optimal, alle Gigas gleichzeitig anzugehen. Was ist denn bei den Rexen da eigentlich los? Okay, da sind die Somn-Dodos, die wir suchen. Die sind alle Level 600. Und ihr seht schon, die Rexe kriegen die nicht so schnell klein. Das heißt, die haben wohl ziemlich viel Life. Wir warten jetzt mal kurz, bis wir ein bisschen Life gereckt haben. Ich habe jetzt auf 700.000 hochgelevelt. Das ist dann doch schon genug langsam, denke ich. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Wow. Und wir kriegen immer mehr Levels. Also ich warte immer noch auf die Levelbegrenzung. Wir haben sie immer noch nicht erreicht. Das ist wirklich enorm. Ich würde sagen, jetzt räumen wir die mal weg hier. Genug zugeschaut. Wow. Das war ein Somn-Dodo. Oh, das sind noch mehr. Jetzt die Musik aus. Alles klar. Ich glaube, wir haben sie alle. Da liegen noch ein paar. Hier ist noch ein Dimetrodon. Die nehmen wir auch noch alle mit. Und ihr seht schon, was man dafür kriegt. Unmengen an Farben. Was ich auch eine super coole Sache finde in Anunnaki. Weil es ist immer ein bisschen, ja, aufwendig. Tophead. Yeah, wir haben Tophead-Skin. Dino Santahead. Jede Menge coole Sachen. So, was ich sagen wollte. Im normalen Arc ist es natürlich tierisch aufwendig. Und ein bisschen nervig, meiner Meinung nach, die ganzen Farben herzustellen jedes Mal. Und hier kriegt man die halt alle so über die Somn-Dodos. Das finde ich halt deutlich angenehmer. Wenn man es halt einmal gemacht hat, dann ist es irgendwann nur noch ein bisschen nervig, diese ganzen Farben immer wieder herzustellen. Und man muss ja auch die Zutaten jedes Mal nachschauen. Die kennt man ja nicht auswendig. Jetzt gibt es ja noch diese Alpha-Farben. Das sind auch Anunnaki-eigene Farben. Und die kann man, glaube ich, auch ganz normal auf alles anwenden. Das sind aber nochmal so eigene Farbtöne. Soweit ich das jetzt gehört habe. Werden wir auf jeden Fall ausprobieren. Ja. Lauter Blödsinn gefunden. Super cool. Und Unmengen an Fleisch. Ich glaube, ich muss mal wieder aussortieren. Wir haben so viel Zeug. Einen Top-Head-Skin. Okidoki. Das werden wir später alles mal anschauen. Jetzt werde ich nochmal schauen, dass wir ein paar Potions finden. Haben wir überhaupt schon welche gefunden? Lass wir hier suchen. Potion. Zwei Potions haben wir erst gefunden. Also die Gigas scheinen nicht wirklich gut Potions zu geben. Was sie gut geben, ist auf jeden Fall XP. Wofus ist jetzt schon ordentlich hochgelevelt. So, was haben wir denn da vorne? Der sieht irgendwie gefährlich aus. Ist aber nur ein ganz normaler Giga. Alles klar. Wenn ich irgendwas Besonderes sehe, melde ich mich zurück. Ansonsten leveln wir dann mal unseren Stürkopf hoch. Und schauen, dass wir uns einen Quetzel holen. Ja, noch mehr Somdodos. Farben können wir immer gut gebrauchen. Und schon wieder eine kurze Planänderung. Da vorne ist ein Spino unterwegs. Und zwar, wie es aussieht, ein 590er BA Poison Spino. Und, naja, ein 590er können wir natürlich wieder nicht stehen lassen. Wir haben noch gar keinen Spino gezähmt. Das ist sowieso allerhöchste Zeit. Und ich habe jetzt mal Speedboat genommen, weil Speedboat unser schnellstes Wassertier ist. Und wir müssen ihn irgendwie an Land lotsen hier, unseren Spino. Das heißt, ich werde ihn jetzt mal piksen. Oder auch nicht. Und da kommt er schon. Ich denke, wir sollten uns nicht allzu oft erwischen lassen. Er wird wahrscheinlich ziemlich viel Torbo-Damage machen. Könnte ich mir vorstellen. Und er ist auch ziemlich schnell. Wow. So, jetzt hauen wir mal ab hier, wenn es geht. Ich glaube, am besten durchs Wasser. Oh, da hat er uns schon wieder erwischt. Schnell auf unsere Brücke und weg. Und dann kommen wir wieder mit Dream Master. Ist ja klar. Dream Master dürfte da kein Problem haben. Yes, wir haben ihn abgehängt. Jetzt wartet er direkt vor unserer Base. Das heißt, wir müssen nur kurz umsteigen. Auf Dream Master. Und unsere Treats nicht vergessen. Die Golden Treats mitnehmen. Ab zu Dream Master. Aufsteigen. Und los geht's. Er wartet auf uns. 590er. Super cool. Die anderen Spinos waren immer super low, die ich gesehen habe. 590er müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Yeah. 6, 7 Hits. Jetzt flieht er. Und da ist er weg. 8 Hits, bis er schläft. Hat schon gut was weggesteckt. Muss man sagen. So haben wir alles dabei. Hier ist es super easy. Nichts gefährliches in der Gegend. Direkt vor unserer Base. Besser könnte es nicht sein. Und er verliert super schnell Torpor. Wir geben ihm einen Treat. Das Sedative. Und wie sieht's aus mit Food? Passiert überhaupt nichts. Yes. Wir haben ihn. Super cool. Ein Poison Spino. 590. Yeah. Keine Ahnung, wie wir ihn jetzt nennen sollen. Oh, ich glaube, er hat Hunger, ne? Wir sollten ihm ganz schnell Food geben. Bisschen Fleisch. Ganz wichtig. Ich vergesse das immer. Die Tiere müssen sofort Fleisch kriegen. Die haben nämlich immer richtig viel Hunger, wenn sie ausgezähmt sind. Und manchmal Durchfall. So, jetzt soll es besser sein. 884. Yeah, ist gerade am Fressen. Das war gerade die Fressanimation. Boah, dann brauchen wir auch noch einen Namen für ihn. So, ich bringe ihn jetzt erstmal zurück in die Base. Dann werde ich einen Sattel für ihn organisieren. Und, ja, ich denke, da müssen wir nochmal mit ihm ausreiten, oder? Dann muss der Quetzel ein bisschen warten. Das war jetzt ein richtig cooler Fund. Also, man muss einfach seine Gelegenheiten nutzen. Wenn hier coole Tiere irgendwo spawnen, dann müssen wir die auf jeden Fall mitnehmen. Hat wieder Spaß gemacht, mit Rufus hier rumzuziehen. Und wenn wir hier die ganzen Tiere abfarmen, dann haben wir natürlich jede Menge freie Spawns. Da kommt dann ganz viel Neues dazu. Und manchmal auch wirklich coole Sachen, wie man sieht. So. Ich glaube, ich muss zurück zu unserer alten Base. Ressourcen für den Sattel holen. Und dann schauen wir mal, was wir mit ihm anstellen können. Ich denke mal, der wird fast so stark werden, wie unser Rex. Vom Poison Damage her zumindestens. Yeah. Ich bin super gespannt. Moment mal. Was haben wir denn hier? Ein Dimorphodon. 565. Was ist denn heute los? Hm. Also hier, Falcon 2 hat gerade Level 650 erreicht. Also der würde besser rauskommen, als Falcon 2 jetzt ist. Ich denke, da können wir auch nicht widerstehen. Den müssen wir auch sofort mitnehmen. Wir holen jetzt hier unseren Sturkopf. Und zählen mir den Dimorphodon, denke ich, auch direkt mit. So. Da haben wir bestimmt auch irgendwo einen Golden Treat. Ich habe, glaube ich, keine Sedatives mehr im Moment. Ich habe gerade den Spino-Sattel geholt, deswegen bin ich gerade zurückgekommen. Jetzt müssen wir uns erstmal hier einen Golden Treat organisieren. Oder am besten zwei. Habe ich die schon alle hingetan? Sturkopf, hast du welche? Ja, du hast welche. Okay. Dann haben wir alles dabei. Und können uns direkt hier den Dimorphodon noch holen. So, alle anderen warten auf uns. Und wir machen das einfach ohne Sedativ. Das ist kein Problem, weil die Elite Dimorphodons verlieren ihr Torpor nicht allzu schnell. Und die haben sehr viel Torpor. Das dauert also extrem lange, bis die aufwachen. Dem müssen wir einfach nur einen Golden Treat geben und dann sollte das passen. Solange der hier jetzt nicht irgendwo runterfällt, wo er gefressen wird. So, wo ist er denn? Wo ist er hin? Ich denke, der braucht nur zwei, drei Hits von uns und dann sollte er down gehen. Das müsste recht easy sein. Werden wir ihn denn finden? Hm. Ich sehe nicht. Da ist ein Para. Dann tauchen wir hier mal zwischen die Bäume ein. Keine Gigas in Sicht. Das ist schon mal gut. Hier sind Kompis. Die machen wir am besten weg. Damit sie unseren Dimorphodon nicht angreifen. Ich sehe ihn aber gerade gar nicht. Der war auch wunderschön gefärbt, so pink. Da ist er. Den holen wir uns. Ist bestimmt ein Weibchen mit der Färbung. Kann nur ein Weibchen sein. Der ist, glaube ich, genauso schnell wie wir ungefähr. Und jetzt flieht er. Lassen wir ihn mal ein Stück fliehen, bis er vom Wasser weg ist. Oh, er geht direkt über dem Wasser. War ja klar. Das sage ich schon. So. Da ist er gelandet. Und? Oxygen? Okay, er hat jede Menge Oxygen. Food geht jetzt nicht allzu schnell runter. Hm. Wir bräuchten Sedative für ihn. Das ist nicht gut. Hätte ich bloß noch so einen Bruchteil von einer Sekunde gewartet. Bevor ich ihn dann wirklich betäubt habe. Da oben fliegt auch schon wieder was. 195. Okay, das ist jetzt mal ausnahmsweise kein Kracher. Oh oh. Er braucht entweder 500 Hunger. Und das dauert noch ein Weilchen. Hm, das könnte vielleicht sogar reichen. Ich denke, wir geben ihm jetzt einfach mal einen Golden Treat. Und dann schauen wir mal, ob wir irgendwo noch einen Sedative rumliegen haben. Also ich hatte einige. Ich habe diese auf meinen Dinos verteilt. Ich habe keine Ahnung mehr, wo die alle sind. Aber möglicherweise geht es sogar ohne Sedative. Yes! Okay, es ging eindeutig ohne Sedative. So, jetzt haben wir noch ein Tier, was wir unbedingt benennen müssen. Und sie ist lila. Ist es eine Sie? Es muss eine Sie sein. Ja, es ist ein Weibchen. Zum Glück. Das wäre ja embarrassing gewesen, wenn sie jetzt hier ein Männchen gewesen wäre mit der Färbung. Okay. Super cool. Yeah. Nicht schlecht. Was wir heute alles finden, ist unglaublich. Jetzt können wir mal die Stats anschauen. Wir haben... Gut, Movement Suite ist immer schlecht am Anfang. Nicht viel. Live haben wir sehr viel. Sehr schön. Gewicht haben wir, glaube ich, auch extrem viel. Oh, so viel haben unsere anderen, glaube ich, nicht. Bin ich mir aber nicht sicher. Möglicherweise haben die auch 500. Mann, Mann, Mann. Sieht super cool aus. Hat natürlich wieder Hunger. Okay. Ich denke, wir bringen sie jetzt auch erstmal nach Hause. Und wie nennen wir sie am besten? Oh, die Färbung ist ja super heiß. So richtig krass pink. Ja, schönes Tier auf jeden Fall. Jetzt bringe ich sie mal mit nach Hause. Werde sie mal ordentlich füttern. Und dann warten wir mal den nächsten Morgen ab, dass wir sie gescheit sehen. Ist ja stockfinster hier. Yeah. Ja, super cool. Einfach nur Glück heute mit den Spawns. Mal was ganz Neues in Anunnaki. So geht's auch. So kann das gerne bleiben. Und da bin ich wieder. Wie ihr seht mich nicht. Hier bin ich. Und das ist alles Fleisch hier. Das hat alles Rufus gesammelt. Ich habe das mal alles hier aussortiert. Wir brauchen nicht ganz so viel Fleisch. Keine Ahnung, wer das alles fressen soll. Die Sonne geht langsam wieder auf. Wir haben jetzt 5.39 Uhr. Guten Morgen allerseits. Und ich habe sie Pia getauft. Ich denke, das ist ein schöner Name für sie. Und sie sieht echt wunderschön aus. Wenn man Pink mag. Ich mag Pink. Und ich finde sie echt hübsch. Richtig helles, grelles Pink. Okay. Und das hier ist Greg. Ich glaube, so hat mal irgendein Piratenkapitän geheißen, oder? Das passt ganz gut zu ihm. Der hat sich da draußen auf dem Meer rumgetrieben. Und hat hier alle Fische terrorisiert. Und wollte uns auch terrorisieren, als wir zurückgekommen sind mit Rufus von der Vulkaninsel. Da habe ich mich dann extra, habe ich extra einen Umweg genommen, damit wir ihm nicht in die Quere kommen. Der ist nämlich viel schneller als Rufus im Wasser. Super cool. Bin echt glücklich, wie es heute gelaufen ist. Wir hatten super viel Glück, was die beiden hier angeht. Und ich habe meine Panzerhaugen jetzt ein bisschen umgefärbt. Und zwar in Gelb. Ich habe gedacht, das sieht ganz cool aus. Mit unserem coolen Helm. Mir gefällt es auf jeden Fall. Sieht viel besser aus als Standard Flak. Sehr schön. Passt gut zum Helm. Und wir haben ja noch jede Menge Spielzeug hier auch noch. Rufus hat ja so viel Zeug gefunden. Das müssen wir jetzt alles noch testen. Wo ist das alles? Oh, jede Menge Kram. Müssen wir erstmal aussortieren. Ein Candy Cane Club. Das ist ein Skin. Für. Keine Ahnung wofür. Für irgendeine Waffe vielleicht. Wir haben mal so ein Schwert mit, falls wir eine Waffe brauchen, um den Skin zu testen. Wir haben den Santa Head bekommen. Den Top Skin Head. Das ist zweimal der gleiche. Item Skin. Item Skin. Eine Seife. Okay. Damit kriegt man die. Okay. Damit kriegt man die Farben wieder runter. Das ist ja cool. Coole Sache. Lassen wir direkt auf Rufus. Rufus ist hier unser Farben-Dino. Der hebt die ganzen Farben für uns auf. Noch ein Top Head. Und jede Menge Farben hier. Alpha White und Grey. Dino Bunny Ears. Super cool. Die mag ich auch immer gerne. Nerdy Glasses Skin. Der ist glaube ich für uns. Müssen wir auch testen. Bunny Ears. Für uns. Was haben wir noch? Das war's glaube ich dann. Also hier eine Menge Krempel. Die Sonne ist immer noch nicht wirklich aufgegangen. Ich glaube wir warten noch mal einen Moment, bis hier die Sonne endlich aufgeht. Damit wir gescheit was sehen. Ist jetzt noch nicht so wirklich hell. So ist es auch schon viel besser. So sieht man die Panzerung so ein bisschen. Und ich finde die sieht einfach nur super heiß aus. Glänzt auch so richtig schön. Da darf man jetzt natürlich hier Blumen-Quality nicht runterstellen. Sonst glänzt die nicht mehr so schön. Ist so echt eine super coole Färbung finde ich. So wir sind da unterwegs. Ein Ovi Raptor. Und jetzt testen wir mal die ganzen Sachen hier. Ich glaube wir haben die alle schon gesehen. Bunny Ears hatten wir schon mal. Die sehen dann so aus. Das ist der Zenturion-Helm doch ein bisschen cooler. Dann haben wir noch den Top-Hat. Da müssen wir erst die anderen wieder runternehmen. Top-Hat-Skin. Yeah. Passt nicht so ganz zu unserer Panzerung. Aber ist auf jeden Fall cool. Das könnte ganz gut mit dem... Mit der Fell-Panzerung aussehen. Mit der Fuhr-Armor. Ja, ich denke mit der Fell-Panzerung könnte das richtig cool aussehen. Coole Sache auf jeden Fall. Jetzt fängt es schon wieder an zu regnen. Was soll das? Nerdy Glasses-Skin haben wir noch. Den gucken wir uns auch mal an. Die habe ich glaube ich auch schon mal gefunden. Die sind ziemlich selten im normalen Vanilla Arc. Aber ich habe die auch schon mal gefunden. Irgendwann. Ah, das eine Glas ist gesprungen. Na gut. Da sieht er wohl nicht mehr so viel auf dem einen Auge. Nehmen wir das mal wieder runter. Jetzt haben wir natürlich noch die Dino-Skins. Dino, Bunny-Ears und Center-Head. Ich denke, den Center-Head kriegt ganz klar Rufus. Wer sonst? Dino, Center-Head. Die müssen wir erstmal hier ins Inventar schieben, denke ich. Und dann rüberziehen. Und? Yeah. Rufus ist der neue Weihnachtsmann. Sieht super cool aus. Und die Bunny-Ears kriegt auf jeden Fall wieder einer von unseren Dodis. Ich denke, Roxy. Ja, Roxy braucht unbedingt die Bunny-Ears. Die sehen einfach absolut cool aus auf den Dodis, finde ich. Die sind halt ziemlich... Oh, die schauen gar nicht richtig raus. Das ist ja doof. Hm. Die setzen scheinbar da an, wo die normalen Dodis ihren Kopf haben. Aber die hier sind ja viel größer. Die BA-Dodis. Deswegen funktioniert das nicht. Das ist ja schade. Hm. Da müssen wir die wieder runternehmen. Das sieht ja doof aus, so. Schade. Die sitzen nicht gescheit. Wer kriegt die denn dann? Da brauchen wir also ein normales Tier. Was haben wir denn an normalen Tieren? Normal große Tiere. Ich glaube... Na, den können wir uns nicht aufsetzen. Aber Tuna geht nicht. Loni. Den haben wir noch. Green Monkey. Der dürfte auch ein bisschen größer sein als die normalen Affen. Ihr wolltet ja, dass ich ihn Giftswerk nenne. Aber das ist ein bisschen zu fies. Ist doch ein ganz lieber grüner Affe. Den können wir doch nicht Giftswerk nennen. Der ist ganz nett zu uns. Ich glaube, die Raptoren brauchen sowas. Gucken wir mal hier. Jutta hat ja schon den coolen Hut. Und Zora hat noch nichts. Zora passen die Banne hier. Ist, glaube ich, ganz gut. Wie geht nicht? Wieso geht das nicht? Funktioniert schon aber nicht. Ich weiß, warum. Wir haben den Sattel mitgenommen. So. Super nice. Das sieht mal cool aus. Ich weiß nicht. Die Bunny Ears. Die stehen den meisten Dinos eigentlich echt gut. Gewillt mir. Können wir so lassen. Sieht irgendwie. Ich weiß nicht. Das sieht nicht wirklich süß bei ihr aus. Die sieht irgendwie noch fieser aus mit diesen Ohren. Auf jeden Fall super cool. Jetzt müssen wir mal Roxy ihren Sattel zurückbringen. Den haben wir hier geklaut. So. Kriegst deinen Sattel wieder. So. Alles wieder fein und gut. Und dann habe ich euch immer noch mehr zu zeigen hier. Es hat sich echt viel getan. Als ich mit Rufus draußen war, habe ich ihn jetzt endlich auf Max Level gebracht. Das sieht dann so aus. Der Balken ist einfach voll und XP mäßig tut sich nichts mehr. Wir sind jetzt Level 931 hier. Höher geht also nicht. Ist jetzt nicht wirklich der Oberburner. Da geht auf jeden Fall noch mehr. Wenn wir uns jetzt ein richtiges High Level Tier suchen, dann sollten wir auf jeden Fall die Level 1000. Level 1000 knacken können. Level 931 ist jetzt noch nicht so toll. Dreammaster ist 973. Der ist auch noch nicht auf Max Level. Level, da geht auch noch was. Also, ja, ich denke so Level 1000 ist das, wo wir hinwollen. Wir müssen auf jeden Fall nochmal einen richtig fetten Giga irgendwann zähmen. Richtig Top Level, wenn es geht. Aber Rufus ist schon so stark, dass er eigentlich alles hier schafft. Abgesehen wahrscheinlich von so Bossen, wie diesen Brutmüttern und ähnlichen Sachen, sollte eigentlich das meiste schaffen. Und dann habe ich hier unseren Sturkopf gelevelt. Das habt ihr wahrscheinlich schon bemerkt. Wir hatten vorher 150% Movement Speed. Ich habe ihn jetzt auf 180 gebracht. Wir haben dir ja die beiden XP Potions gegeben. Das ist schon mal super cool. Und ich werde jetzt mal abwarten, wie wir den Quetzels hinterher kommen. Wenn die Quetzels immer noch deutlich schneller sind, werde ich da weiterleveln. Wenn wir da ganz gut nachkommen, dann werde ich jetzt in Melee Damage gehen. Deswegen habe ich hier die Punkte noch nicht verteilt. Das werde ich dann einfach ausprobieren. Das wird dann wirklich das nächste. Sobald wir nicht mehr unterbrochen werden, werde ich endlich mal so einen Quetzel zähmen. Ein Champion Quetzel. Level ist erstmal vollkommen egal. Hauptsache ein Champion Quetzel. Das ist das Allerwichtigste. Brauchen wir ganz dringend. So, ich würde aber sagen, für heute waren wir super erfolgreich. Viel mehr geht nicht mehr. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Wenn ja, dann lasst mir ein Like da. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!